Hallo und herzlich willkommen bei 10x Trading. Im heutigen Video analysieren wir drei Aktien von der 10x Watchlist. Willkommen zu LVMH. Aktuelle Marktkapitalisierung 310 Milliarden Euro. Ein aktuelles Kursumsatzverhältnis von 3,6. Ein derzeitiges Kursgewinnverhältnis von 22. Bei einer aktuellen Dividendenrendite von ca. 2%. LVMH schauen wir uns heute mal im Wochenchart an. Und zwar im langfristigen Chartverlauf zurück bis 2008. Und ich habe uns hier mal alle Momente markiert, wo LVMH in dieser Zeit seit 2008 unter die 200-Wochen-Linie gefallen ist. Denn es muss man dazu sagen, die Aktie handelt jetzt seit mehr als 2 Wochen unter der 200-Wochen-Linie. Wie die aktuelle Chartsituation aussieht, welche Zielzone ich auf dem Schirm habe und wie ich bei der Aktie jetzt vorgehe, das schauen wir uns auch noch gleich im nächsten Clip an. Was ich aber dazu sagen möchte, ist, dass diese Aktie jetzt definitiv einen Platz sehr weit oben auf der Watchlist verdient hat. Denn eine LVMH, die überhaupt unter der 200-Wochen-Linie handelt, gab es ganze dreimal zurück bis 2008. Und da muss man dazu sagen, gibt es jetzt eine Chance von 2 zu 1, dass folgendes passiert. Nämlich zweimal ist passiert, wie wir hier bei diesen Pfeilen sehen, dass das wirklich nur ein kurzes Intermezzo war. Unter der 200-Wochen-Linie die Aktie drüber gekauft wurde, um danach letzten Endes diesen übergeordnet eindeutig vorhandenen Bullrun fortzusetzen. Auch das zweite Mal 2016 gab es einen Dip drunter, der gekauft wurde. Und danach konnte sich die Aktie hier sogar deutlich beschleunigen. Eben dann letzten Endes jetzt hier in Richtung dieses Bullruns, der jetzt eben aktuell durchaus ein wenig zäh auskorrigiert wird. Das krasse Gegenbeispiel, wo jetzt jeder sagen wird, naja Finger weg von der Aktie, das wird hier gar nichts. Naja klar, das ist hier die große Finanzkrise. Da sind wir unter die 200-Wochen-Linie gefallen. Alle haben hier aber, dann muss man auch sagen, zwischen Januar 2008 und September 2008 monatelang unter der 200-Wochen-Linie konsolidiert, haben es immer und immer und immer wieder probiert drüber zu kommen. Nur um dann letzten Endes eben in die finale Kapitulation zu gehen, um die 200-Wochen-Linie dann wirklich erst viel später wieder zurück zu erobern. Und drunter gebrochen sind wir damals im Jahr 2008 und zurückerobern konnten, wie sie dann tatsächlich erst mehr als ein Jahr, muss man eigentlich fast sagen, zwei Jahre später im Dezember, November, Dezember 2009. Und das muss man auch ganz klar dazu sagen, wenn die jetzt hier zeigen sollte und damit ins aktuelle Bild bei LVMH. Wenn uns jetzt die Aktie zeigen sollte, dass das jetzt hier wirklich nichts mehr wird mit der 200-Wochen-Linie, dann müsste man durchaus nochmal eine Kapitulation zur Downzeit auf dem Schirm haben. Das Ziel, was ich dann für so eine Kapitulation auf dem Schirm hätte, wäre hier der Bereich um die 500 Euro bei LVMH. Und zwar, wenn wir uns hier mal das Fibonacci einzeichnen seit dem Corona-Tief, war natürlich ein ganz klares Swing-Low und letzten Endes hier ans Allzeithoch rangehen. Dann sind wir jetzt hier, zuerst haben wir hier das 38er halten können, sind jetzt durch das 38er durchgebrochen. Das ist genau der Bereich von den 660 Euro und sind jetzt auf dem Weg zum 50er Fibonacci von dieser Distanz seit dem Corona-Tief. Das wäre hier genau der Bereich von den 590. Das kann sie definitiv noch abholen. Die Zielzone drunter, das wird schon wirklich dann ein richtig herber Crash bei der Aktie. Denn man muss sagen, sie ist jetzt bereits 33% unterm Allzeithoch. Und sie wäre dann hier unten knapp 50%, 45% unter ihrem Allzeithoch. Das wäre dann, wie gesagt, die Zone. Hier ist eine wichtige Supportzone aus dem April 2022 bei 540 Euro. Und ganz unten sehen wir dann das 61er, 65er Fibonacci bei ca. 500 Euro. Eines muss klar sein, wenn sie das brechen sollte, dann ist wirklich absolut Alarm. Weil dann müssen wir hier sogar eine extreme Zone theoretisch auf dem Schirm haben von 420 bis 350. Aber ich sage es ganz ehrlich, ich lasse hier jetzt mal absolut, bitteschön, die Kirche im Dorf bei LVMH. Nämlich folgendes, wir haben den Wochen-RSI, Wochen-RSI bei 29. Die Aktie ist jetzt im Wochenchart überverkauft. Wir haben den Tages-RSI bei 32. Und wie gesagt, wir sind jetzt zum aktuellen Zeitpunkt 31% unterm Allzeithoch. Wir kommen hier jetzt auch langsam aber sicher an einer durchaus spannenden Zone an. Wenn wir uns das hier mal als klaren Ankerpunkt anschauen, zum A runter aufs B, hier haben wir etwa 69%iges Retracement. Hier oben ein ganz klares Doppeltop gesehen. Das war ein 88er Fibonacci. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Dann sehen wir hier das 85er, 84er, 85er Retracement. Und etwas tiefer in die Zone sehen wir dann sogar ein 93%iges Retracement. Wenn es sogar hier die Extension nach unten werden sollte, dann haben wir in etwa 108%. Und da muss man wirklich sagen, das ist hier eine absolut wichtige Zone für die Aktie, die man wirklich auf dem Schirm haben sollte. Als, ich sage das jetzt einfach mal wirklich für mich, so bin ich jetzt auch mal vorgegangen, erste Kaufzone für die Aktie. Ich habe jetzt hier mal eine erste Tranche eingesammelt bei LVMH. Würde dann diese Zone hier nutzen, um eine zweite Tranche aufzubauen. Das ist jetzt hier die Nummer 1, hier die Nummer 2. Und wenn diese Aktie wirklich, dann muss man ja schon fast sagen, das Geschenk machen sollte, dass sie hier in diese unterste Zone runterkommt. Dass sie wirklich die Rallye seit dem Corona-Tief aus retraced, dass wir wirklich die 420 bis 350 Euro sehen sollten. Ja, aber bitte, dann würden wir hier nochmal eine richtig große Tranche aufladen. Und insofern muss ich sagen, wird das jetzt für mich durchaus langsam, aber sicher hier interessant. Was aber auch ganz klar ist und wer jetzt hier nicht mit dem Motto vorgeht, ich habe aktuell eine gute Cashquote, ich schaue aktuell im Markt, was es so für Schnäppchen gibt und sammle jetzt hier langsam, aber sicher mal Titel ein. Sondern wer wirklich sagen will, nee, 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 meine Cashquote ist hier absolut begrenzt, die ich aktuell habe. Was ich letzten Endes sehen möchte, dass eine Aktie wirklich bei mir ins Depot rein darf, ist ein ganz klares Setup, ist ein ganz klarer Breakout und ist eine ganz klare bullische Struktur. Dann muss man wirklich dazu sagen, könnte man sogar so weit gehen zu sagen, naja gut, dann darfst du mit der Aktie unter der 200-Wochen-Linie nichts zu tun haben, weil das hier sehr, sehr kritisch ist und auch extrem selten vorkommt. Dann müsste derjenige eigentlich warten, bis die Aktie zurückkommt über 700 Euro, weil die 200-Wochen-Linie läuft gerade bei 686. Was derjenige dann auf jeden Fall abwarten müsste, wäre im Zweifel die Kapitulation in diese untere Zone. Das Reversal, den ersten bullischen Impuls inklusive dem Breakout aus diesem eindeutigen Abwärtstrend, den musst du respektieren, wenn man hier jetzt nicht, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, ins fallende Messer, wobei ich das bei solchen absoluten Qualitätstiteln auch so ein bisschen immer mit Vorsicht genieße, diesen Ausdruck. Aber wer hier wirklich das vermeiden möchte, jetzt hier unten noch abgekocht zu werden, wer dann hier vor allen Dingen, wer jetzt beispielsweise schon eine relativ große Position hat und dann sagt, nee, jetzt hier kaufen und dann dort schon wieder, das macht man nicht. Dann müsste man wohl wirklich genau abwarten, wie der Markt sich mit diesem Abwärtstrend hier verhält. Wer jetzt hier aktuell Cash aufgebaut hat und auf der Suche ist nach ersten Tranchen, der kann hier durchaus sich das Ganze mal anschauen, ob man sich das nicht möglicherweise sehr, sehr weit oben auf die Watchlist schiebt. Targets möchte ich auch noch kurz ansprechen. Und zwar bin ich durchaus aus der Fraktion, die hier bei LVMH mittelfristig auch wieder neue Allzeithoch sehen. Wenn wir jetzt hier mal ansetzen, dass wir sagen, der aktuelle Kurs ist bereits das Tief, dann ist meine Zielzone für LVMH zwischen 1.000 und 1.100 Euro. Sollte sie noch runterkapitulieren, sehen wir sogar 1.020, 1.015 bis 1.150 Euro. Und so muss ich wirklich dazu sagen, ist die heute bei mir sogar mit einer ersten Tranche im Risiko, im Turnaround-Depot gelandet, wo ich eben die Kriterien habe, dass wir ausgebombt sind, was sie definitiv ist und irgendwo für so eine Tranche auch mittel- bis langfristig zwischen 60 und 80, im Idealfall 100 Prozent, aber wie gesagt zwischen 60 und 80 möchte ich mir grundsätzlich als realistisches Ziel setzen bei solchen Tranchen als Target sehen möchte. Man muss wirklich sagen, von dem Tief der aktuellen Wochenkerze in diesem Bereich der Zielzone sehen wir derzeit ein Potenzial bei LVMH mittel- bis langfristig von 78 Prozent, wenn die Aktie die 1.100 Euro anläuft. Für mich definitiv ein Titel, der sehr, sehr weit oben auf der Watchlist ist. Der es jetzt auch mal mit einer ersten kleinen Tranche ins Risiko-Depot geschafft hat. Und wie gesagt, das ist für mich aber dann wirklich auch so eine Aktie, wo ich definitiv sage und das ist auch für mich so ausgelegt, wenn sie uns das zeigen sollte, naja, dann würde ich hier nochmal zugreifen. Wenn dir das Video Mehrwert bietet, lass sehr gern dein Like da, dass es der YouTube-Algorithmus möglichst vielen Leuten empfiehlt und abonniere auch den Kanal, dass du jetzt in dieser wichtigen Marktphase nichts mehr verpasst. Kommt zu Supermicrocomputer, aktuelle Marktkapitalisierung 30 Milliarden US-Dollar, ein aktuelles Kursumsatzverhältnis von 2, ein derzeitiges Kursgewinnverhältnis von 26, bei einem erwarteten Kursgewinnverhältnis von 11 und einer aktuellen Shortquote von 8,5 Prozent. Bei SMCI schauen wir zuerst mal auf die Newslage. Gestern nachbörstlich gab es die Earnings, die Umsatzprognose war durchaus robust und das hat auch zuerst dazu geführt, dass die Aktie deutlich nach oben springen konnte. Ihr seht, ich habe jetzt auch hier diesen Einkaufswagen mal rausgenommen bei der 600 US-Dollar-Zone. Ich sage aber auch noch gleich was dazu, der hat nämlich natürlich hier durchaus gegriffen, aber auch gestern im Discord für die Mitglieder war meine erste Reaktion, als ich die Earnings gesehen habe, ui, 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 passt mir hier ein bisschen auf mit diesem Short-Squeeze. Ist, dass es natürlich dann so ausgeht, wie es sich jetzt darstellt, war nicht abzusehen. Aber wenn man hier auf der einen Seite zwar durchaus die Umsatzprognose ein bisschen anhebt, aber im aktuellen Umfeld, aber in den Earnings um fast 25 Prozent zur Downside überrascht und gleichzeitig hier jetzt auch noch Zweifel aufkommen mit der Bruttomarsche und insgesamt jetzt der Markt, der ohnehin schon sehr, sehr kritisch, ich möchte fast sagen, argwöhnisch auf das gesamte KI-Thema schaut. Vor allen Dingen, was jetzt immer mehr das Thema wird, dass es heißt, ja, das wird ein absoluter Preiskrampf. Intel jetzt auch mit seiner Aussage, dass die Gaudi 3-Chips ein Drittel kosten sollen von den Chips, die jetzt am Markt sind. Ja, man muss auch immer die Frage stellen, wie ist dann letzten Endes die Qualität und was nimmt der Markt dann eben letzten Endes an? Aber was auf jeden Fall auch wichtig ist, dass man dazu sagt, dass es natürlich gerade hier bei den Chip-Aktien und auch hier bei den Equipment-Aktien in der zweiten Reihe natürlich zu einem gewissen Preiskampf kommen kann. Inwieweit das dann wirklich Nvidia auch betreffen wird, das müssen wir zum jetzigen Zeitpunkt abwarten. Da ist natürlich unfassbar wichtig fürs gesamte KI-Narrativ, dass man dann auch ganz klar die Nvidia-Earnings Ende August auf dem Schirm hat. Aber das, je nachdem wie der Markt sich jetzt bis dorthin entwickelt, wird wirklich sehr, sehr stark Make-or-Break sein. Vor allen Dingen natürlich auch das Thema Marschen und natürlich auch das Thema, was ja dann hier über Bande auch noch wichtig ist, dass man es auf dem Schirm hat, dass es hier halt bei den Blackwell-Chips von Nvidia jetzt zu Design-Fehlern gekommen ist und jetzt hier eben auch im Raum steht, ob die dann überhaupt noch in diesem Jahr entsprechend ausgeliefert werden. Zurück zu SMCI in die Preis-Action. Das Erste, was wir hier ansprechen, ist, dass unser Harmonic-Scanner hier ein Guardlay erkennt und zwar ein durchaus Schönes, möchte ich sagen. Das ist hier von dem Ankerpunkt des Tiefen nochmal im Januar diesen Jahres, bevor dieser massive Run begonnen hat. Da gab es hier nochmal diesen Widerstand bei den 360. Kleiner Tipp drunter. Erste Rallye, 61er Fibo auf der BC. Und dann jetzt hier unten das 78er Fibonacci aus dieser Struktur. Das ist hier die Zone um die aktuellen 500 US-Dollar, die wir bei der Aktie sehen. Ich muss aber dazu sagen, wir haben zuletzt auch angesprochen, dass wenn jetzt hier, weil mein Ankerpunkt hier für diese gesamte Struktur ist durchaus hier dieses Tief dieser Konsolidierung hier, wirklich dieses Tief, was wir gesehen haben bei 220 US-Dollar. Man könnte alternativ auch diese Levels hier nehmen rauf auf das Allzeithoch. Und da sind wir jetzt durchs 61er Fibonacci gestürzt. Und hier war ja der Bereich, wo wir diesen Einkaufswagen eingezeichnet hatten, wo ich diese Kaufzone auf dem Schirm war. Man muss aber dazu sagen, im Rahmen von diesem Flash Crash am Montag hat dieses Level hier gehalten. Und wir haben insgesamt von hier auch eine Rallye gesehen um 33%. Das ging halt jetzt brutal schnell. Und vor allen Dingen war es hier nur ein Fake-Out aus dem Abwärtstrend. Und vor allen Dingen war es fatalerweise auch ein Fake-Out aus der 200-Tage-Linie. Vom gestrigen hoch nachbörslich, wo die Aktie kurz mal bei 730 US-Dollar war, ist sie zum jetzigen Zeitpunkt 30% abgestürzt. Wenn wir uns das Ganze anschauen aus Sicht der Allzeithoch, ist das schon krass. Dann sehen wir zum jetzigen Zeitpunkt eine Korrektur um 57%. Trotzdem muss man sagen, ist die Aktie, wenn wir das Ganze uns Year-to-Date anschauen, immer noch über 80% im Plus. Und damit, man kann sich das kaum vor Augen führen, aber damit auf Rang 2 der besten Performer im S&P 500. Die Spitzenposition hat man jetzt hier abgegeben an Nvidia. Wie bin ich bei SMCI jetzt aktuell drauf? Was mache ich bei SMCI derzeit? Und ich muss dazu sagen, weil das jetzt wirklich eine erste ganz kleine Position ist, um sie dann wirklich auch zu beobachten. Ich habe jetzt hier meine erste ganz kleine Tranche hier eingesammelt. Wir haben einen Tages-RSI jetzt im Rahmen von diesem Abverkauf von 22. Wir haben einen 8-Stunden-RSI von 21. Und ich sage mal, wenn man jetzt hier bei dieser Aktie mit einem Abverkauf von 60% hier Break-Even reingeht, weil man jetzt hier eine erste Tranche einsammelt, dann gehe ich davon aus. Aber ihr wisst, ich bin übergeordnet, dem KI-Narrativ auch sehr, sehr konstruktiv eingestellt. Ich gehe auch nicht davon aus, dass wir jetzt zuletzt bereits das Top gesehen haben in dem KI-Run. Also ich gehe ja davon aus, dass diese Aktie auch wieder steigen wird. Insofern ist das für mich jetzt hier durchaus mal eine Buy-the-Dip-Gelegenheit, wirklich jetzt gerade auch auf dieser Kapitulation mit den Earnings. Ich bin aber auch hier noch völlig klar, dass diese Zone hier definitiv kommen kann. Definitiv kommen kann. Das wäre hier der Bereich um die 430 bis potenziell 340 US-Dollar. Da hat es ja vor Wochen gehießen, das kommt nie. Das kann gar nicht passieren, dass die Aktie zwischen 64 und über 70% abkorrigiert. Doch, das kann passieren. Und wenn der Markt sein Momentum jetzt nicht nach oben drehen kann, unterhalb von diesem Abwärtstrend, gehe ich auch davon aus, dass das passieren wird. Ich werde aber dann hier im Bereich um die 430 dann nochmal eine Tranche nehmen in dieser Zone. Das wäre dann für mich nochmal ein Bereich, wo ich auch durchaus die Position nochmal aufstocken würde. Wenn wir diese ganz zähe, monatelange Korrektur dann im erweiterten Umfeld hier als Support testen, dann muss ich sagen, dann würde ich mich hier positionieren bei Supermicrocomputer. Das heute war jetzt auch mal so eine gewisse Reaktion jetzt auf diesen Washout, eine gewisse Reaktion auf diesen stark überverkauften Zustand und auch gewissermaßen auf dieses Kaufsignal. Aber ich bin mir auch wirklich völlig im Klaren, dass das Ganze hier nochmal zwischen, wie gesagt, 15 und im Extremfall 35% Downside haben kann. Und dann muss man eben hier jetzt sich dann auch im Klaren sein, dass man dann letzten Endes das Pulver noch trocken hat, um dann in dieser Zone nachzulegen. Vor allen Dingen, solange hier dieser Abwärtstrend intakt ist. Für mehr Aktienanalysen und Trade-Ideen kommst sehr gerne auf den Discord und werde 10x-Member. Dort kannst du dich mit über 350 Mitgliedern austauschen und profitierst ab 4,99 Euro im Monat von meinen täglichen Markt- und Aktienanalysen. Kommt zu Shopify. Aktuelle Marktkapitalisierung. 85 Milliarden US-Dollar, ein aktuelles Kursumsatzverhältnis von 11,5. Ein derzeitiger Jahresverlust von 200 Millionen US-Dollar bei einem erwarteten Kursgewinnverhältnis von 51 und einer aktuellen Shortquote von 1,5%. Shopify schauen wir uns zuerst mal im Chartverlauf an. Dann zurück bis 2019. Die Aktie ist heute sehr, sehr stark angesprungen. Ein Plus von ca. 25% und es entspricht auch in etwa der positiven Überraschung heute bei den Earnings. Shopify konnte ein Earnings per Schärfesquartal melden von 26 Cent. Gemeldet, geschätzt wurden 20 Cent. Und auch beim Umsatz hat man leicht nach oben überrascht. Und es war jetzt hier Grund genug, die Aktie aus diesem Flash Crash, den wir zuletzt gesehen haben, wirklich v-förmig nach oben zu katapultieren. Auch durchaus mit hohem Volumen. Wir schauen uns jetzt auch noch gleich als nächstes die Levels an, die jetzt hier gehalten haben bei Shopify. Wirklich spektakulär. Wir gehen jetzt auch mal direkt aber darauf ein, wo wir die Aktie jetzt wirklich nicht mehr drunter sehen wollen. Denn sie hat noch nicht einen ganz entscheidenden Breakout geschafft. Das schauen wir uns gleich im kurzfristigen Bild an. Wo wir jetzt wieder drüber sind, ist über diesem wichtigen Level von knapp 60 US-Dollar. Das ist hier das Vor-Corona-Top gewesen. Von hier kann sie crashen. Und wenn man sich das jetzt mal anschaut, von hier ist sie jetzt auch gerade zuletzt gecrashed. Auf ein wichtiges Level und auf ein wichtiges Fibonacci. Schauen wir uns gleich als nächstes an, wenn wir uns die aktuelle Situation anschauen. Aber setzt euch wirklich Preisalarme bei Shopify. Denn wenn das heute jetzt im Rahmen dieser Earnings nur ein Deadcat Bounce ist, ein v-förmiger Deadcat Bounce allerdings. Und die Aktie bricht uns jetzt hier wieder unter diese Struktur, auch unter den Abwärtstrend. Dann müsste man im Extremfall noch mal mehr Downside sogar auf dem Schirm haben. Vor allen Dingen, wenn sie wirklich die 50 US-Dollar noch mal durchschlagen sollte. Dann sehe ich das Ziel für so eine Shopify durchaus im Bereich zwischen 38 und 31 US-Dollar. Und jetzt gehen wir hier mal in die aktuelle Struktur rein. Schauen uns den Chartverlauf an seit dem Tief im Jahr 2022. Hier ist jetzt mal das Fibonacci abgemessen. Vom Tief im Oktober bei 23 US-Dollar rauf ans Top, was wir jetzt im Februar gesehen haben bei 93 US-Dollar. Schaut euch mal wirklich an, wo die Aktie genau gebounced ist. Sie wurde jetzt im Rahmen von dieser extremen Volatilität nach unten gedrückt. Vor allen Dingen hatten wir immer diese Struktur auf dem Schirm, diesen Aufwärtstrend, drunter ungerne. Vor allen Dingen nicht unter den 60 US-Dollar. Und schaut euch mal, was passiert ist. Die ist hier um fast 20% abgestürzt. Wohin? Ganz genau in die Golden Pocket von diesem Anstieg. 61er und 65er Fibonacci. Da ist sie reingedippt und hier wurde sie jetzt wirklich aggressiv rausgekauft. Es war am Montag in diesem Flash Crash. Da sind wir da reingefallen. Auch unter die 51 US-Dollar. Schaut mal, das war hier das Tief bei Shopify. Also das sind ganz wichtige Levels jetzt für die Aktie. Hier oben, die 60. Da wollen wir sie nicht mehr drunter sehen, weil ansonsten bricht uns wirklich auch mit Bestätigung. Dann letzten Endes diese Struktur. Und dann müssen wir letzten Endes das Abkochen auf dem Schirm haben. Dann potenziell deutlich tiefer. Und vor allen Dingen hier die 50 US-Dollar. Das ist dann wirklich auch das Level, wo die Aktie auf keinen Fall drunter brechen darf. Weil der Markt da durchaus sich jetzt committed hat und ordentlich zugegriffen hat. Erst am Montag. Und jetzt eben hier. Man muss wirklich sagen, das ist eine Bilderbuch-V-förmige Erholung. Keine Frage. Erst am Montag hier wirklich in die Golden Pocket. Geht ins fallende Messer. Mehr geht nicht. Reingegriffen. Gerettet. Und jetzt mit den Earnings, die auch positiv ausgefallen sind und den Markt überrascht haben, wirklich durchgezogen. Ganz hervorragende Preis-Action. Wenn es hält, muss man wirklich sagen. Denn wir sehen jetzt sogar auch einen Teil des Breakouts. Hat die Aktie bereits abgeschlossen. Und die Ziele, die wir jetzt hier für Shopify auf dem Schirm haben, die sind wirklich nicht von schlechten Eltern. Wir haben jetzt hier mal das Fibonacci raus. Wir haben uns angeschaut, dass wir hier genau in der Golden Pocket gebounced sind. Und jetzt schauen wir uns hier mal die gesamte Korrektur an bei Shopify. Seit dem Hoch im Februar runter ans Tief. Da hat die Aktie immerhin auch verloren, wenn wir das Ganze mal abmessen vom Hoch ans Tief. Um knapp 50 Prozent, Mensch. Und wir sind jetzt aus dem 23er ausgebrochen. Das ist interessant. Wir sind jetzt durchs 38er, durch fast beim 50er. Hier unten ist es 23er. Das verstärkt hier diese 60 US-Dollar. Keine Kurse mehr unter 60 US-Dollar für Shopify. Und wo wir ausbrechen müssen, das sind die 71. 70, das war hier dieses signifikante Top einmal im Juli. Und das ist auch die, Verzeihung, das ist das 50er Fibonacci, der Downside und die 200-Tage-Linie. Das ist jetzt hier die ganz wichtige Widerstandszone für die Aktie. Da darf sie ranlaufen, da darf sie konsolidieren, da darf sie uns das alles zeigen. Das wären sogar noch mal Möglichkeiten, die Aktie aufzusammeln. Jetzt ganz frisch mit diesem Impuls wäre ich vorsichtig, nicht hinterher springen. Lass die jetzt hier mal in Richtung der 200-Tage-Linie und der 70 US-Dollar das Ganze wirklich hier zu Ende bringen. Und dann schauen wir uns die anschließende Konsolidierung an Dips bei Shopify, wenn sie mild ausfallen und diese Zone hier unten halten. Zwischen 63 und 60 US-Dollar sind für mich noch mal Gelegenheiten hier nachzulegen bei Shopify. Ich habe meine kleine Position behalten. Sie ist jetzt auch wieder im Plus. Ich habe diesen kleinen Flash-Crash hier durchgehalten. Und wenn sie jetzt wirklich das hier zeigen sollte, dann würde ich sie hier gegebenenfalls auch noch mal ausbauen. Weil ich sagen muss, Ziel ist dann durchaus der Bereich 77 bis 78, 83 bis 87. Und wenn das jetzt wirklich auch am Gesamtmarkt sich festigen sollte nach einer gewissen Phase der Volatilität und Shopify dann hier auch vor allen Dingen die obere Trendlinie wieder anlaufen sollte mittelfristig von diesem Ascending Broadening Wedge. Dann sehe ich hier oben die 105 bis 120 US-Dollar auch durchaus als Zielsetzung denkbar für die Aktie. Wichtig ist dafür keine Kurse mehr jetzt unter 60 US-Dollar, denn wenn uns diese Struktur dann wirklich endgültig wegbricht, die Ziele zur Downside, vor allen Dingen unter den 50 US-Dollar haben wir uns eingangs angeschaut. Wenn du die Reichweite von dem Video deutlich erhöhen möchtest, lass sehr gerne dein Like da, abonnier auch den Kanal und schreib vor allen Dingen auch gerne einen Kommentar unter das Video. Ich bedanke mich vielmals, dass du das heutige Video bis zum Schluss geschaut hast. Schau mal in die Videobeschreibung, dort findest du einige Links zu interessanter Literatur rund ums Thema Börse und Trading. Du findest den Broker, den ich für mein Trading benutze und auch die Chartsoftware, die ich in den Videos benutze und natürlich auch den Link zur Mitgliedschaft bei 10x Trading. Ich bedanke mich vielmals für deine Aufmerksamkeit und sage Ciao.